Dr. Grube hier, was ist passiert? Es ist wieder Zeit, Leben zu retten. Grenzen zu überschreiten. Mein Vater hat sein ganzes Leben auf mich ausgerichtet. Auf sein krankes Kind. Und große Emotionen zu durchleben. Ich hab dir vertraut. Als Arzt und als Freund. Es ist wieder Zeit für das Winterspecial. Der Bergdoktor. Heute, 20.15 Uhr im ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020